Herzlich Willkommen auf Pongkumblog und wir spielen heute in Dead Space 2 Hallo? Oh, die ist tot. Zittert noch ein bisschen. Ja, leider übertreibt. Meine Fresse! Junge habe ich mich erschreckt. Was ist das denn hier? Was ist das hier für eine Krücke? Ja, das hört sich alles sehr gut an. Ja, genau, da gehe ich jetzt rein, dass sie... Scheiße, was ist das denn? Oh mein Gott, das war mein Schatten. Was hat der jetzt für ein Problem? Ach du Scheiße, was soll das denn hier? Es ist jetzt so ein Viech drin oder was? Geil. Da, schau mal, ich werde jetzt da... Seht ihr die Luke da vor mir? Da werde ich jetzt runterfallen. Was sage ich? Ja geil, was habe ich denn jetzt, ey? Mit Chinesen packen. Ziel, drück öffnen. Hallo? Oh, scheiße. Scheiße! Alter, scheiße! Ich bin so tot. Geh mal weg, ecklicher Boy. Nein, ich will gar nicht raus. Schau mal. Evakuierung wird durchgeführt. Evakuierung wird durchgeführt. Evakuierung wird durchgeführt. Evakuierung wird durchgeführt. Nein, 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 nein. Mit was soll ich mich verteidigen? Mach Telekine. Lolololololo. Mach Tele, Tele. Tele, Tele. Lol, Leute, ich habe so Angst. Scheiße, ist das krank, Leute. Hä? Frills? Geil, Leute. Jetzt kann ich mir einen Döner kaufen. Man kriegt ja endlich eine scheiß Waffe. Lol, ich dachte gerade, der lebt, man. Ah ne, okay, der kann nicht so gut leben. Wetten, das Vieh, der springt gleich irgendwie auf oder so. Na, komm. So, scheiße. Oh nein, was kommt denn jetzt? Jetzt passiert wahrscheinlich gleich was richtig kalt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das kann nicht gut enden. Okay, okay, okay. Beruhigen Sie sich. Ich schneide Sie da raus. Ist das ein Gewebelaser? Ein Plasma-Klatter? Oh, Gott. Scheiße. Hilfe! 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 Ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon dabei. Das hat gar nicht gut geklappt. Das hat überhaupt nicht gut geklappt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier funktioniert gar nichts. Wie ich's will. ningún ob. Ich habe' mit. Meine Fresse! Ich bin die Viecher. Meine Fresse! Oh mein Gott! Es lebt noch! Es lebt noch! Es ist tot! Es ist tot! Es ist tot! Es ist tot! Ja! Oh! Lolololololol! Stimmt! 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 Okay. Ah jetzt ist es kaputt worden. Oh! Lololol! Naja, ich habe keine Ahnung mehr was ich machen soll. Das war's! Bis zum nächsten Mal!